Was ist die Maschine für die Maschine? Der sogenannte Notepad++ und ich zeige Ihnen heute, warum das der Fall ist. Also zunächst erstmal den handelsüblichen Editor finden Sie, wenn Sie auf die Suche in Windows gehen und dann öffnen. Idealerweise, wenn Sie ihn mehr verbrauchen, heften Sie ihn dann an der Taskleiste an. Und Sie können hier unterschiedliche Programme einlesen, unter anderem Daten einlesen, unter anderem einfache Textdateien, aber auch zum Beispiel HTML, XML, PHP-Dateien, also die Dateien mit Markup-Sprachen, die Sie dann für die Weiterverarbeitung brauchen. Und ich würde Ihnen ganz gerne zeigen, wie das Ganze hier an dieser Stelle funktioniert. Das heißt, und noch auf eines hinweisen, dass Sie bitte, wenn Sie maschinell arbeiten, nie in ANSI speichern, sondern immer in UTF-8 diese Kodierung, um die Sonderzeichen zu erhalten bei der Konvertierung. Können das Ganze öffnen. Ja, das ist hier für ein Testvideo gewesen für Simon-Meier-4-Acker, das ist aber egal. Also das heißt, Sie können hier das immer in, sollten Sie immer in UTF-8 speichern. Und Sie können dabei, das will ich Ihnen jetzt auch zeigen, nicht speichern, immer auch eine, auch XML-Dateien in einem, in diesem einfachen Editor öffnen. Wenn Sie zum Beispiel nicht über den Oxygen-Editor verfügen und diese Dateien dementsprechend auch ändern. Aber Sie sehen schon, diese Markup-Dateien, also Dateien, die Markups enthalten, sind nicht ideal mit diesem Editor zu lesen. Das gleiche gilt im Wesentlichen auch für PHP- und HTML-Dateien. Aber Sie können sie mit einem Texteditor zumindest öffnen, auch rudimentär bearbeiten und dann speichern und verwenden. Viel besser dafür geeignet ist allerdings das Notepad Plus Plus, das ich Ihnen unbedingt empfehle, um hier zu arbeiten. Ich habe das hier schon mal vorinstalliert. Empfehle Ihnen folgende Dinge, nämlich zunächst erstmal, dass wenn Sie in Deutsch arbeiten möchten, dass Sie in den Optionen oder in den Preferences Deutsch und Englisch variieren. Sie können das Deutsche als Sprache für die Dateiverwaltung einsetzen. Der erste offensichtliche Vorteil von diesem Programm, also Notepad Plus Plus, ist, dass Sie per Drag & Drop die Dateien öffnen können und auch nicht nur eine Datei offen haben, sondern, wie Sie gleich sehen werden, im Gegensatz zum einfachen Texteditor auch mehrfache Dateien öffnen können. Der herkömmliche Text unterscheidet sich jetzt nicht im Wesentlichen von dem, was Sie in dem Texteditor gesehen haben, unabhängig davon, dass Sie ihn natürlich aufzoomen können. Aber Sie haben gleichzeitig die Möglichkeit, sich unterschiedliche Symbole anzeigen zu lassen. Sie sehen hier schon, sind Leerzeichen eingeblendet, aber Sie können sich zum Beispiel auch Zeilen, Umbrüche und so weiter ausgeben lassen. Das Interessante ist aber, dass er die Dateien mit Markups entsprechend interpretiert und für sie lesbar macht. Sie sehen hier die Geschichte der Mission der evangelischen Brüder unter den Indianern Nordamerikas von Georg Heinrich Luski von 1789 in einer XML-Variante. Und die ist freilich sehr viel besser lesbar als das, was Sie gerade im Editor gesehen haben. Gleiches gilt, das ist hier im XML-Standard, gleiches gilt für PHP und HTML. Und ich mache jetzt nun mal hier die Symbole wieder aus, so dass Sie das besser lesen können. Und Sie sehen, das Notepad++ erkennt automatisch die HTML- und XML-Markups, um Text und entsprechende Auszeichnungen durch die Skriptsprache voneinander abzuheben. Außerdem hervorheben möchte ich noch, dass das Notepad++ über die Möglichkeit verfügte Makros aufzuzeichnen und ausführen zu lassen und sich auch noch entsprechend erweitern lässt. Sie sehen schon, je nachdem, was Sie machen möchten, ist das ein sehr, sehr mächtiges Tool, mit dem Sie Daten aufarbeiten können für die maschinelle Auswertung, was Sie in der Linguistik brauchen. Vielleicht noch etwas zum angesprochenen Kodierungsproblem. Hier direkt können Sie die Kodierungen einstellen und entsprechende Konvertierungen vornehmen. Wenn Sie maschinell mit Text arbeiten sollten, sollte der immer in UTF-8 abgespeichert werden. Bitte nie in ANSI. Das Problem in Windows ist ANSI, die voreingestellte Speicherart. Falls Sie also irgendwann in einem Textdokument alle Ihre Sonderzeichen vermissen, haben Sie auf dem Weg dahin bei einem Konvertierungsschritt das Abspeichern in UTF-8 verpasst und haben stattdessen den Text in ANSI abgespeichert. Das liegt also nicht an Ihnen, sondern an einer Voreinstellung im System. Denken Sie also bitte daran, immer Texte in UTF-8 abspeichern. Ich hoffe, mit diesem kleinen Tipp für ein sehr praktisches Tool kann ich Ihnen helfen. Ich empfehle Ihnen unbedingt, das einzusetzen, sobald Sie sich mit größeren Datenmengen in der sprachgebrauchsbasierten Linguistik beschäftigen und diese Daten vorbereiten für die maschinelle Analyse. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Lasch.